IWA 2022, ich habe diese netten Teile hier gefunden bei Ventum Gear, wir haben hier schon eine Tasche von denen im Sortiment und es gibt von dieser wunderbaren Firma einige andere Dinge für den taktischen Bereich, für Spezialisten, aber die zwei Teile, die taugen wir total und ja, da reden wir jetzt drüber. Hallo, willkommen, da ist der Renny Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist, diese Tasche gibt sie bei uns im Shop, hast du sicher schon einmal gesehen, wenn nicht, oben bei Mickey kannst du das Ganze anschauen und diese Teile hier, da gab es viele Nachfragen, ob man die auch einzeln checken kann und ja, das kann man checken, ich bin hier jetzt aktuell auf IWA 2022 beim Ventum Gear Store und kann jetzt mal persönlich sprechen mit den Leuten und die Teile kann man auch einzeln kaufen und das finde ich großartig, weil die Frage immer wieder gestellt wurde, für Stifte zum Beispiel, für Cubotans oder andere Ausrüstungsgegenstände, weil du hast hier einen Klett, der natürlich auch in unsere Tasmania Tiger Taschen und Rucksäcke wunderbar hineinpasst durch die Klettfläche und hast hier die Möglichkeit, unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände zu platzieren und mit einzubauen. Also ja, die Teile gibt es auch einzeln zu kaufen und ja, sind ja modular einsetzbar. Ich muss mich jetzt bei Ventum Gear noch ein bisschen umschauen, es sind hier einige andere interessanten Sachen, die ich unbedingt in meinem Shop brauche, aber das erzähle ich dir in einem anderen Video. Was hältst du eigentlich davon? Also jetzt nicht nur von dieser Tasche, sondern was hältst du von dieser Idee her? Hast du ein Einsatzgebiet? Hast du eine Idee, was du dabei machen könntest, was du mit den Teilen anfangen könntest? Das würde mich jesinnig interessieren, ob du da eine Info hast. Schreib mir unten einen Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, kann es wieder machen. Abo dalassen, da geht es zu mir in den Shop. Bis bald und ciao, ciao.